Mitten in der Bank gibt's Action mit Lightning McQueen. Oh yeah! Lightning sorgt für Spannung und Action! Ich glaub nicht, dass ihr die Chance gegen Lightning McQueen habt. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego die Unglaublichen. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Heute dreht sich in dieser Folge alles um Lightning McQueen. Auf zur Mission! Nach dem grundlosen Angriff auf den Stadtparkbezirk von New Urban ist Bomb Voyage wieder explosionsartig aufgetaucht. Er und seine Pantominenbande lassen es im wahrsten Sinne des Wortes krachen. Sie rauben Banken aus und lassen Bomben über dem Finanzbezirk von Municyburg fallen. Der Plünderer mit Gesichtsbemalung verlangt ein aberwitzig hohes Lösegeld und droht den Bezirk in Rauch aufgehen zu lassen. Ich persönlich bin von Bomb Voyages unglaublicher Dreistigkeit geschockt. Oder mit anderen Worten... Oh oh, die arme Moderatorin! Okay, Bomb Voyage ist also zurück. In dieser Folge müssen wir ihm aber das Handwerk legen. Es kann doch nicht sein, dass er immer durch die Gegend läuft und hier für Schrecken, für Chaos und Schrecken sorgt. So, wo ist er denn? Auf jeden Fall geht hier wieder die Post ab. Aber heute mit Lightning McQueen und Dory! Aber Dory wechseln wir noch. Dory war der Charakter in der letzten Folge. Schaut mal, wie lustig das ist, mit dem zu spielen. Wim, 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 wim! Ich bin Lightning McQueen! Hey, was ist los? Hey, hallo! Kann ich helfen? ... und Bomb Voyages Pantominen haben einen Tankwagen voller Giftabfälle gestohlen. Ich hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben mich von der Straße abgedrängt. Okay, kein Problem. Wir werden helfen, denn ich bin Lightning McQueen! Es würde mir sehr helfen, wenn du den Tankwagen zu seiner Garage im Süden des Bezirks bringen könntest. Wir treffen uns dort. Viel Glück! Danke! Wir werden auf jeden Fall helfen. Giftspritze heißt die Mission. Oh! Das sieht nicht gerade lecker aus. Ui, 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 ui. Was ist denn da passiert? Da ist wirklich etwas schief gelaufen. Finde das Gift und repariere das Leck. Oh nein! Auch noch so viele von denen. Na, kommt her! Euch bockst ich weg! Boom, boom, auch Lightning McQueen kann kämpfen. Wie auch alle anderen Lego-Charaktere. So, boom, 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 boom. Ist jetzt vielleicht nicht der Stärkste, aber schon cool mit ihm. So, boom, boom. Zack, geschafft. Jetzt müssen wir aber da rüber. Wow! Ich glaube, mit Lightning kann ich das aber nicht tun, oder? Ich muss kurz wechseln. Ich brauche... Wir nehmen einfach... Ey, Lass die Girl! Ey, Lass die Girl hatten wir ja schon ewig nicht mehr. So, ganz langsam. Und meine Lieben, in der Zwischenzeit gibt es hier den Hinweis, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kanal. Der Kanal für Kinder, damit ihr keine Videos mehr verpasst und ein Teil unserer tollen Kinder-Community werdet. Ja, das ist doch was Schönes. So, das Ventil wird jetzt einfach gedreht, um dieses Gift hier zu stoppen. Super. Katastisch. Okay, jetzt müssen wir also diesen Tankwagen noch fahren. Und am besten langsam und nicht zu schnell, damit wir auch kein weiteres giftiges Gas mehr verlieren. Oder giftige Flüssigkeit in dem Fall. Wow! Polizeisperren! Ja, keine Sorge, liebe Polizei. Ich wollte sowieso nicht wegfahren damit. So, aber diese Sperren kann ich auf jeden Fall kaputt machen. Das sind ja diese Straßensperren von den Ganoven. So, da vorne ist das Ziel. Ihr seht schon den Pfeil. Wenige Meter, 20 Meter noch entfernt. So, jetzt noch hier vorbei. Achso, hier rein. Okay. Wir haben es geschafft. Mission erledigt. Danke für deine Hilfe. Jetzt kann dieser Giftmüll fachgerecht entsorgt werden, indem er draußen auf dem Land verbuddelt wird. Äh, bitte was? Oh Mann, das klingt nicht sicher. Oder legal. Das muss ich mir mal näher ansehen. Ja, also giftige Gase oder Flüssigkeiten verbuddeln, das ist alles andere als gut. Das ist nicht richtig entsorgt. Okay, sowas bitte nicht machen. Okay, unsere nächste Mission. Äh, wir wechseln zurück zu Lightning. Wo bist du denn? Da unten. Wo ist unsere nächste Mission? Lightning McQueen ist wieder unterwegs. Wir haben gerade Zahlung, die Zahlung verweigert. Wir machen einfach alles kaputt. So, Vorsicht. Lightning McQueen ist auf der Straße unterwegs. Oh, da vorne. Da gibt es einen neuen Einsatz. So, was gibt es hier zu holen? Was gibt es hier zu entdecken? Was ist los? Hallo, Polizist. Mit Hilfe von Lieutenant Barnabys überragendem Geruchssinn habe ich drei Orte identifiziert, an denen der heimtückische Bomb Voyage Bomben gelegt hat. Wer ist, ähm, Barnaby? Wenn du die Bomben hier jetzt zurückbringen kannst, können wir sie sicher entschärfen. Okay, das kann ich gerne machen. Ach, Barnaby ist der Hund. Oh, wie süß. Wuff, wuff, wuff. Gut gemacht. Deshalb bist du auch Lieutenant. Er meinte, sobald sie aus ihrem Container befreit werden, fangen ihre Bombentimer an herunterzuzählen. Sorge dafür, dass du sie zur Entschärfungseinheit gebracht hast, bevor Null erreicht ist. Alles klar, das werden wir tun. Lieutenant Barnaby und Herr Polizist, wir werden das tun. Wir werden alles geben. Das machen wir aber nicht für den Polizisten, nein, das machen wir für den Hund. Für Lieutenant Barnaby. Okay, gemeinsam. Mit dem erhobenen Finger sagen wir, ja, wir schaffen das. Ja, wir können das. Und werden deswegen Gas geben und diese Bomben aufhalten vor der Sprengung. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier etwas bauen, aber natürlich nicht als Auto. Das ist immer etwas schade, dass ich mit manchen Pixar-Charakteren, wie zum Beispiel mit Dory oder mit Lightning McQueen, nichts machen kann. Und mein Kollege, in dem Fall Dory, ist super weit weg. Wisst ihr was? Komm, Dory, dann bleib doch dahin auf der Straße. Bis du jetzt zu mir gekommen bist, habe ich schnell mal kurz den Charakter gewechselt. Schade, ist aber leider so. So, mit wem bauen wir denn? Wir nehmen jetzt hier... Wie heißt der? Crasher, Mr. Crasher oder so. Keine Ahnung. Der hat so eine tiefe Stimme, so. Hallo, ich bin Mr. Crasher. So, wir brauchen jetzt Flash. Flashy, Flashy, Flashy. Wo bist du denn, Flashy? Da oben. So, Flashy, bist du bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los! Dit, 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 dit. Oh, jetzt sind wir hier oben. Und da oben ist die erste Bombe. Ich habe jetzt noch ein bisschen Angst, wenn ich die Bombe aus dieser Vorrichtung rausnehme. Und damit der Bombe ja runterspringen muss, dass sie explodiert. Wir riskieren das einfach. Und... Boah, das ging jetzt schnell. Achtung, jetzt gibt es ein Bombendilemma. Eine weniger. Gut gemacht. Auch Inspektor, ich meine Lieutenant Barnaby, stolz auf uns. Sehr gut. So, wo sind die nächsten Bomben stationiert? Wir wechseln wieder zu unserem guten alten Freund Lightning. Lightning, das ist deine Folge. Oh yeah, das ist meine Folge. Lightning McQueen ist immer zur Stelle und wird die böse Wichte aufhalten. So, wo sind sie? Wo sind sie? Oh, hier brennt ein Auto. Egal. Weiter, weiter, weiter. Da oben ist eine Bombe. Und da oben, äh, da unten sind Pantomiengegner. Aber Lightning McQueen wird sie aufhalten können. Bum, bum, bum. Warum kann Lightning McQueen eigentlich keine Spezialfähigkeit? Alle Charaktere können das, aber Lightning irgendwie nicht. Und Dory glaube ich auch nicht. Wissen, dieses Aufladen. Na, egal. Äh, ich muss nochmal wechseln. Oh, da kommt noch einer. Achtung. Hey, 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 weg mit dir. Bösewicht. So, und dann haben wir hier noch was. Ui, ui, das ist schon ein sehr rasanter Spiel, muss ich sagen. Ähm. Gut, wir wechseln jetzt mal den Charakter. Und wir nehmen, äh. So. Oh, wisst ihr was? Mir gerade einfällt. Ich spiele ja gerade mit Lightning. Eigentlich wollte ich noch Marida nehmen, ne? Marida nehme ich aber auch noch. Versprochen. Ich habe ja gesagt, ich mache mindestens fünf Spezialepisoden. Und Marida kommt auch noch ins Spiel. Vielleicht nehme ich Marida auch schon in der nächsten Folge. Je nachdem, wenn ich noch freischalten werde. Aber wahrscheinlich Marida, kann ich euch hier schon mal sagen. So, schnell mit der Bombe. Wir müssen da hinrollen. Wow. Da komme ich nicht durch. Oh, außenrum. Ui, 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 ui. Eine riesige Bombe. Schnell, 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 schnell. Da vorne. Yes. Und rein damit. Achtung. Achtung. Es platzt. Und die zweite. Fantastisch. Na, das läuft ja immer besser. Sie machen das jetzt schon, Dolph. Dankeschön. Dankeschön. Das bedeutet uns sehr viel. Okay. Aber. Wo geht es jetzt hier weiter? Wo ist der nächste Einsatzort? Wo ist die nächste Bombe? Oh, hier brennt wieder etwas. Wir brauchen Frozone. Okay. Kurzer Zwischenstopp. Frozone. Wir brauchen deine Hilfe. Du musst das Feuer löschen. Spiel die freiwillige Feuerwehr. Nummer eins. Toll. Das kann ich nicht löschen. Vielleicht von hier oben. Nummer zwei. Nummer drei. Freiwillige Feuerwehr. Acht von zehn. Es gibt also noch zwei Brände in der Stadt. So, was ist das hier für ein Kassel? Kaputt. Zahlung verweigert. Und da oben scheint irgendwo die Bombe zu sein. Okay. Und das sind ganz viele Typen. Ganz viele Pantomime-Menschen. So. Komme ich da hoch mit dem Eis? Na, nicht ganz. Das Eis steckt an der Kante fest. Gut. Dann kann ich vorerst so nicht weiterspielen. Okay. Dann ist das nun mal so. Wir konzentrieren uns dann darauf, dass wir über andere Wege zu den Gegnern kommen und ihnen das Handwerk legen. Denn nein, nein, nein. So schnell kommt ihr uns dann nicht in die Quere. So. Tschüss und Tschüss und Tschüss und kaputt. So. Was haben wir denn noch so Schönes? Oh Mann. Ich bin so begrenzt von den Fähigkeiten mit Lightning. Weil Lightning natürlich als Auto nicht klettern kann. Ich nehme den kleinen Rusty. Tupi, 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 tupi. Hallo. Ich bin's, Rusty. Rusty, der kleine Schuljunge. Bum, bum, bum. Wow. Ich kann auch meine Energie aufladen. Und? Katerbum, bam. Und falls jemand von euch meine Sims-Videos guckt, wird jetzt bestimmt sagen, hey, du sprichst ihn ja so wie Nele. Ja. Ich kann natürlich nicht tausend verschiedene Stimmen sprechen. Aber, äh, kleine Kinder sprechen dann meistens so. So hoch und so niedlich. Hallo. Hihi. Ich bin der kleine Rusty. Also, der kleine Rusty springt da jetzt hoch. Hey. Autschi. Autschi, Baba Autschi. Ist es gefährlich als kleiner Schuljunge, eine kleine Bombe zu manövrieren? Egal. Ich mach das trotzdem. Denn ich bin selbstbewusst. Yay. Ich kann es schaffen. Bitte nicht nachmachen. Ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass ihr niemals in einer Situation sein werdet, im echten Leben, dass ihr eine Bombe irgendwo transportieren müsst. Aber, ähm, macht nichts Gefährliches. So. Okay, ich bin gleich am Ziel. So. Hier, bitteschön. Die Bombe. Ich bin gespannt auf den großen Knall. Achtung. Uiuiuiuiui. Das war ja toll. Geschafft. Und die dritte. Gut gemacht. Wir wissen deine Hilfe zu schätzen, aber jetzt müssen wir los. Uns wurde gemeldet, dass jemand vorgibt, er würde seinem Hund einen Ball zuwerfen. Oh, das ist natürlich, ähm, echt ein Verbrechen. Man sollte nicht so tun, als würde man seinem Hund einen Ball zuwerfen. Was soll der Hund dann denken? Der arme Hund. Das findet vor allem Lieutenant Barnaby gar nicht lustig. Okay, wir wechseln zu unserem schnellen Flitzer Lightning. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Wo ist das nächste Verbrechen? Lightning McQueen ist auf jeden Fall am Start und versucht die Gauner aufzuhalten. Wow. Eine Bombe von Bomb Voyage. Hey, 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 da sind ja die ganzen Gauner. Kommt her. Lightning ist wieder am Start und zeigt euch, wo der Hammer hängt. Boom. Boom, 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 boom. Oh, einen unglaublichen Stein. Ein Incredi-Stein. Boom. Au. Das tat weh. Netter Schlag. Miuu. Miuu. Der ist schon schnell, der Lightning. Hey, hilfst du mir mal? Klar, was ist passiert? Wie können wir dir helfen? Dem Himmel sei Dank. Meine Wand wird von Bomb Voyage schleidiger Pantomienbande ausgeraubt. Sie sind so still. Das ist unheimlich. Okay, wir können dir auf jeden Fall helfen. Ist doch klar. Und da kommen noch mehr. Wenn du sie aufhörst, dann belohne ich dich mit etwas aus dem Tresorraum. Gold, Bars oder sogar mit einem Stift an einer Kette. Stift an einer Kette. Ja, das ist doch mein tolles Geschenk. Okay. Stiller. Stilles Verbrechen. Heißt, die Mission, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, noch. Zahlung verweigert. Und damit haben wir alle Geldautomaten kaputt gemacht. Und kriegen dafür als Geschenk einen Polizisten. Eine Polizistin, genauer gesagt. Erkennbar an den Augenbrauen. Beziehungsweise an den Wimpern. Kann man immer weibliche Lego-Charaktere am einfachsten identifizieren. So, dann würde ich mal sagen, Lightning. Mitten in der Bank gibt es Action mit Lightning McQueen. Oh yeah. Lightning sorgt für Spannung und Action. Ich glaube nicht, dass ihr die Chance gegen Lightning McQueen habt. Nein, nein, nein. Boom, boom, boom. Ihr habt keine Chance. Ich glaube nicht, dass ihr hier rauskommt und Geld mit nach Hause nehmen könnt. Das Geld gehört der Bank. Und das bleibt hier. So, na, habt ihr schon genug? Ah, du auch noch, was? So, Nummer 7. Und du bist der Letzte. Dich schnapp ich mir. Oh, Moment mal. Autsch, hey. Das war gemein. Das war fies. Haben wir euch. So, dann schließt mal den Tresor. Sehr gut. Der Tresor wird geschlossen. Achtung. Sehr gut. Das Geld ist sicher. Abgeschlossen. Und jetzt haben wir es geschafft. Und ich glaube, wir können uns die Bank wieder verlassen, oder? Ich denke mal schon. Der hat 100 Euro geklaut. Hey, die 100 Euro gehören aber nicht dir, sondern der Bank. Hallo, ich hab's, die 100. Kriegst du nicht, kriegst du nicht. Stehen geblieben. Na, warte. Gib die 100 Euro zurück. Oh, na, warte. Haben wir dich. Jetzt muss ich natürlich den Charakter wechseln, weil Lightning McQueen keine Hand hat. So, Moment. Wir müssen tauschen. So, zack. Crash-Hower. Ist eigentlich egal, zu wem wir wechseln. Reflux. Splashdown. Komm, wir nehmen die Oma. Die alte Oma. Ja, Mensch. Ich hab die 100 Euro gefunden. Bitte bring jetzt zur Bank zurück, damit wir das Geld in den Tresorraum legen können. Bitteschön. Wenn du nicht gewesen wärst, würden sie jetzt das ganze Geld meiner Kunden für Gesichtsbemalung und Streifenhemden ausgeben. Also, es hat sich herausgestellt, dass ich dir nichts aus dem Tresorraum geben kann, was du gerne hättest. Aber nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, ein goldener Stein. Das ist ja mal richtig toll. Ich als alte Ami finde das natürlich echt knorke. Okay. Meine lieben Kinder. Was müssen wir jetzt tun? Oh, ein Polizist. Ob er wohl unsere Hilfe benötigt? Sprich mit dem Hundeführer. Okay. Komm. Kleine Katze. Jetzt spiele ich Katze. Katze vom Katze-Kinderkarten. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Okay, kleine Katze. Ich muss zur Mission. Die brauchen die Hilfe einer Oma. Ich helfe in die Luft. Du musst uns helfen. Ich helfe gerne. Es ist Bombe Voyage. Wir haben ihn auf dem Dach der DevTech-Zentrale in die Ecke getrieben. Aber er hat eine riesige Bombe dabei. Oh nein, Herr Jemini. Wie soll das nur weitergehen? Stiller Gruß aus der Vergangenheit. Ich helfe, wo ich kann. Soll ich etwa da hochklettern? Ich als alte Oma. Wie soll ich das machen? Oh nein. Oh, er hat ja eine Riesenbombe. Wir sind hier live vor Ort, wo es tapfere Helden mit Bombo-Yage aufnehmen. Alle jubeln wir den Helden zu. Mal sehen, wie die Sache ausgeht. Hey, wir sind ja mitten in den News. Da ist ein Fernsehbericht über uns. Eine Dokumentation. Aber als Oma komme ich nicht weit. Ich glaube, ich sollte den Charakter wechseln. Von Dory zu... Nun ja, wie heißt du noch gleich? Lightning McQueen. So, Lightning, komm. Zeig, was du kannst. Du musst der Oma ein bisschen Unterstützung leisten. Bom, 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 bom. Die schnappen wir uns. Aber wir müssen auf jeden Fall Bombo-Yage aufhalten. Da unten ist er. Zack. Boah, der hat von uns ordentlich die Breitseite bekommen. Autsch. Der ist aber auch ziemlich stark, der Bombo-Yage. Wo ist eigentlich unsere Omi? Ach, die steht da auf der rechten Seite. Okay, Omi, geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut, Lightning. Mach du mal weiter, okay? Okay, Oma. So, ich wechsel mal zur Oma. Und was soll ich jetzt tun? Super Power Oma-Kraft. Ich hab Spinat gegessen. Ui. Naja, viel hat das jetzt nicht gebracht. Naja, ein bisschen. Ein bisschen ist immer gut, Omi. Omi, bist du verwirrt? Mir geht's schon gut. Danke. Danke der Nachfrage. Oh, Aua, schon wieder. So, Bombo-Yage, komm. Zeig dich. Zeig, was du kannst. So, jetzt haben wir hier wieder. Oh, da unten. Bäm. Getroffen. Jetzt schnell wieder weg. Wir müssen uns nicht treffen lassen. Bombo-Yage ist auch ziemlich schnell. So, zack, zack, zack. Die schnappen wir uns, die zwei Kollegen. Oh, Achtung, die Bombe rollt wieder. So, haben wir euch. Achtung, Bombe. Omi, geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Was soll ich denn jetzt machen? Komm, du musst mir einfach helfen. Wie denn? Lock Bombo-Yage an. Er muss runterkommen. Okay. So, da ist er. Sehr gut gemacht, Omi. Ja, gerne doch. Haben wir ihn. Ein, zwei Schläge. Ein Schlag fehlt, glaube ich, noch. Dann haben wir ihn. Sehr gut. Aua, er haut mich. Ich rette dich, Omi. Aua, Hilfe. Omi, bitte pass auf dich auf. Das sind nur noch eineinhalb Herzen. Boah, weißt du das? Rechts oben. Geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Und du auch, Lightning. Ja, wir haben's geschafft, Omi. Ja, wir sind super. Und es gibt eine neue Figur. Mal gucken, wer das sein könnte. Es ist Bombe-Voyage. Wir können jetzt als Bombe-Voyage spielen. Bombe-Voyage. Die bombige Reise zu deutsch, wenn man seinen Namen jetzt übersetzen würde. Okay. Sehr schön. Wir haben Bombe-Voyage und mit der Oma haben wir... Oh, ein neues Pixar-Haus. Pixar-Familien-Bau-Set freigeschaltet. Wo befindet sich dieses? Neue Verbrechen. In der Tourismus-Bezirksecke. Also, Tourismus-Bezirk. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und hier gibt es noch super viel zu entdecken. Ich bin bereit und habe noch genug Sprit im Tank. Okay, Lightning. Aber jetzt brauchen wir jetzt mal etwas. Oh, wir brauchen noch Incredi-Steine. Pustekuchen. Okay. Dann suchen wir mal nach Incredi-Bel-Steinen. Okay, und jetzt? Ich mag nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay, Omi. Geh du nach Hause. Wir wechseln mal den Charakter zu. Bombe-Voyage. Ah, Bombe-Voyage. Incredible. Je m'appelle Bombe-Voyage. Baguette. Je m'appelle Bombe-Voyage. Oui, oui. Bombe. Bombe. Ich kann kein Französisch. Es tut mir leid. Null. Ich kann nur sagen, je m'appelle. Das bedeutet, mein Name ist. Also, wenn ihr zum Beispiel... Wie heißt ihr? Müsst ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben, aber... Ihr heißt zum Beispiel Lars, Jonas, Katharina, Mia, Maria, wie auch immer. Dann könnt ihr sagen, je m'appelle Maria. Maria, glaube ich. Das bedeutet dann zu Deutsch, mein Name ist Maria. Also, je m'appelle. Je m'appelle Katze. Je m'appelle Katze. Das heißt, ich heiße Katze. Je m'appelle Katze. Okay. Unser nächstes Verbrechensörtchen ist da vorne. Das werden wir aber heute natürlich nicht machen. Wir machen pro Folge immer eine Eilmeldung. Und heute machen wir wieder so Krimskrams. Das mache ich am Anfang oder am Ende einer Folge. Also, wir spielen es noch ein bisschen weiter. Ähm, nicht nur, weil ich hier dieses Pixar-Hausen basteln möchte, sondern weil ich auch noch ein bisschen was entdecken möchte. Und ich spiele es dann wieder mal ein bisschen mit unserem lieben Superhelden, der einfach fliegen kann, der alles kann. Hier brennt es wieder. So eine Frozen. Ach, Quatsch. Ich kann doch auch Wasser. Frozen kann Wasser und dieser Superheld hier. Also, ich habe zwei Figuren. Oder Frozen habe ich ja in zwei verschiedenen Varianten. Neun von zehn, die einfach Wasser können. So, wo gibt es hier Incredible-Steine? Wir fliegen. Lauf, auf und davon. Wie Superman. Wir fliegen nach oben. Und wo finden wir unser nächstes Ziel? Man weiß es nicht. Jetzt sind wir ganz oben. Und da oben auf dem Dach gibt es natürlich einen Stein. Und da unten ist wieder was. Zeitrenn-mäßiges. So, hier gibt es noch was. Also, ich will auf jeden Fall noch dieses Pixar-Gebäude bauen. Das wäre mir schon wichtig. Aber das bedeutet, dass wir noch zwei Steine benötigen. Die holen wir uns aber noch. Ich will einen neuen Pixar-Charakter. So, hier gibt es noch so Sachen für die Klimaanlage und so ein Kram. Und wow, gibt es hier eine Luftmission? Anscheinend. Wow, haben wir auch noch nie gemacht. Zeitrennen in der Luft. Das ist ja mal cool. Als fliegender Superheld. Auf, auf und davon. So. Okay, auf, auf und davon ist natürlich der Spruch von Superman. Ich muss sagen, die Steuerung ist, wenn man schnell und präzise fliegen möchte, gar nicht mal so einfach. Aber ich komme gerade so ein bisschen rein. Das geht eigentlich. Wenn man nicht so scharf um die Kurve fliegen muss, dann geht's. Letztendlich ist die Steuerung genauso wie bei Dory, wenn man unter Wasser ist. Das heißt, wenn man runter drückt, dann fliegt man auch nach unten. Weil ich kenne es aus anderen Videospielen so, dass wenn man nach unten drückt, man das Flugzeug zum Beispiel nach oben zieht. Also es ist entgegengesetzt. Hier ist es aber wirklich so, vielleicht einfach, um es einfacher und verständlicher zu machen, dass wenn man nach unten drückt, auch mal nach unten fliegt. Naja, gut. Wir machen das eigentlich ganz gut. Also ich bin gerade zuversichtlich, dass wir das Kinn kriegen. Und es ist toll, einfach mal durch die ganze Stadt zu fliegen. Wir können wirklich die ganze Zeit fliegen. Es wird nichts verbraucht. Es gibt keine Energie, die euch sagt, ja, ihr könnt maximal eine halbe Minute fliegen. Was ja schon viel wäre. Nein, ihr könnt die ganze Zeit fliegen. Dev-Tech-Zentrale. Hier wohnt wahrscheinlich das Developer-Team von Lego. Von Warner Brothers Interactive. So, und wir fliegen da durch. Und weiter, wow. So, sehr gut. Schau mal, auch der Hintergrund ist toll. Das ist eine kleine Cumulus-Wolke. Oder eigentlich ist es eine Gewitterwolke. Weil die Cumulus-Wolken sind ja diese großen, weißen, schönen Wolken. Diese Knufflinge. Und da unten steht Leighton McQueen, seht ihr ihn? Sehr toll. Unten auf der Baustelle steht er. So, und ist da hoffentlich das Ziel? Ja, es wird knapp, es wird knapp, es wird sehr, sehr knapp. Wow. Eine Sekunde und wir wären zu spät. Hui. Also diese Luftrennen sind gar nicht mal so einfach. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber wir haben schon 61 goldene Steine. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell an die goldenen Steine kommen. So, was haben wir noch? Das Coole an diesem Superheld ist, er kann theoretisch auch unter Wasser ziemlich schnell sein. Weil er auch ein Wasserheld ist. Ein Wasserflug... Oh, ein Stein. Ja, was ist denn da aufgetaucht? Ein kleiner Tipp von mir. Ähm, wenn ihr sehen wollt, was euch noch in einem Viertel fehlt, zum Beispiel hier, wo wir uns gerade befinden, seht ihr links unten die Karte. Da ist alles eingezeichnet, dass es eine Bodenplattform gibt. Da vorne seht ihr ein rotes Symbol, das heißt da irgendwo in der Nähe muss eigentlich ein Incredible Stein sein. Genau hier. Und das seht ihr eigentlich nur, wenn ihr diese Eilmeldungsmission gemacht habt. Erst dann werden alle Sachen freigeschaltet und sichtbar. Ihr könnt es auch schaffen, ohne dass es sichtbar ist. Habt dann aber nicht diese Hilfe mit der Karte. Das mal als Tipp. Da werden aber nur goldene Steine und Incredi-Steine angezeigt. Nicht zum Beispiel, dass ihr ein Feuer löschen müsst, dass ihr Gauner aufhalten müsst. Das wird da nicht eingezeichnet. Aber das könnt ihr auch teilweise an Orten machen, die ihr schon mal gemacht habt. Zum Beispiel habe ich an einem Ort dreimal das gleiche Feuer gelöscht. und trotzdem immer einen Punkt dafür bekommen. Und nachdem man 10 erreicht hat, kriegt man ja eine neue Figur. So, das noch als Tipp. Also falls ihr mal sagt, hä, was fehlt mir denn jetzt in diesem Bankenviertel? Habt ihr die Mission gemacht? Wenn nicht, macht sie noch. Das kann sein, dass ihr davor noch andere Missionen in anderen Vierteln machen müsst. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr eben unten links auf der Karte auch die Legende angezeigt, was euch fehlt. Zum Beispiel, ich sehe jetzt links, seht ihr in der Karte, mir fehlen zwei goldene Steine. Da oben ist noch ein goldener Stein. Ein Zeitrennen gibt es noch. Also schon praktisch. Incredi-Boy, yay! Der kann gar nicht so lange fliegen, aber der ist auch cool, muss ich sagen. Auch ziemlich mächtig mit seinen Elektro-Angriffen. So, weee, er surft einfach so durch die Gegend. Hier scheint es noch irgendwo ein Stein zu gehen. Das haben wir gerade repariert. Wo ist er denn? Irgendwo hier muss ein Stein sein. Okay, ich glaube, wir brauchen jemanden, der wieder fliegen kann. Also, ich werde jetzt öfters auch mal in den Folgen mit unserem Superhelden hier spielen. Einfach nur, weil er fliegt. Das wäre echt cool, wenn Jack-Jack fliegen könnte. Dann würde ich Jack-Jack als meinen Hauptcharakter machen, weil ich finde Jack-Jack super. Jack-Jack ist wirklich der coolste Charakter. So, hier irgendwo scheint ein Incredible-Stein zu sein. Incredi-Stein. Aber die Frage ist nur, wo könnte der Stein sein? Der muss hier irgendwo in der Ecke sein. Ach, da, schaut mal. Hier, im Gebüsch. Sechs von, nee, sieben haben wir jetzt. Von, weiß ich nicht, wie vielen Steinen. Das heißt, theoretisch können wir schon das Pixar-Haus bauen, aber ich schaue mal nach den anderen Steinen, die es hier noch gibt. Zum Beispiel die goldenen Steine. Vielleicht sind die ganz oben. Hier auf dem Gebäude. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, da ist einer. Und einer ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Gibt es hier noch was zum Kaputtmachen, irgendwas? Nee, wahrscheinlich nicht, okay. Dann mal hoch. Wow, das ist auch wieder ein ziemlich hohes Gebäude. Und eins müsste genau... Ah, da brauchen wir jetzt jemanden. Hey, alles okay? Was ist bei dir los? Ja, wir machen das hier mit unserem Bodybuilder-Bob. Und wum! Und da müsste es ein goldener Stein sein, oder? Nö, eine Maschine. Oh, und ein goldener Stein. Okay. So, upsala. Upsala. So, haben wir jetzt hier alles? Okay. Dann geht es weiter. Wir nehmen wieder unseren Flugfreund. Und was fehlt uns hier noch? Äh, da drüben sehe ich noch einen Stein. Einen roten. Der müsste hier irgendwo dazwischen sein. Hier oben wahrscheinlich nicht, wenn ich die Karte richtig lese. Die müsste eigentlich zwischen den zwei Gebäuden sein. Genau unter mir ist irgendwo dieses rote Steinchen. Also ein Incredi-Stein. Aber egal, wir surfen oder fliegen mal kurz darüber. Weil hier muss eigentlich noch ein Stein sein. Hier irgendwo. Aber hä? Hier sehe ich hier keinen Stein. Hallo? Steinchen? Ist hier ein Steinchen? Nein, 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 nein. Nichts. Gar nichts. Ist hier... Kann man es kaputt machen? Nee. Okay. Hm. Dann da drüben. Das ist eine Bodenplattform. Die müssen ja auch nicht auf dem Hausdach sein. Die können auch unten sein. Auf der Karte kann ich ja nicht erkennen, ob das jetzt unten oder oben ist. Aber man kann auch diese... Diese, ähm, Klötzchen anvisieren. Dann kriegt man einen kleinen Hinweis. Das zeige ich euch aber mal in einer späteren Folge, wenn ich mal nicht diesen Stein finde. So, hier ist einer. Versteckt. Sehr gut. Und dann gibt es hier noch Zeitrenner. Aber es kann sein, diese Zeitrennen werden nicht ausgeblendet, wenn man sie schon geschafft hat. Das seht ihr nur daran, ob im Zeitrennen... Oh, schaut mal, da ist ein Stein. Ob im Zeitrennen, ähm, der goldene Stein ausgeblendet ist. Oder wenn ihr reinklickt, seht ihr ja unten 1 von 1 oder 0 von 1. Bei 0 von 1 heißt das, ihr müsst es noch machen. Bei 1 von 1 wisst ihr, okay, ihr habt das Zeitrennen schon gemacht. Ihr könnt es zum Spaß nochmal machen, aber ist nicht unbedingt wichtig. So. Oh, da ist noch ein Stein. Sehr gut. Was haben wir noch Schönes? Da vorne ist noch irgendwas, theoretisch. Hier irgendwo. Vielleicht genau unter der Brücke. Ne, da ist nichts. Okay. Hier irgendwo. Also hier irgendwo laut der Karte... Oh, da. Bin ich blind oder was? Und da ist ein Gauner, sehe ich gerade auf der Karte. Egal. Sollen die Gauner einfach mal rumlaufen. Die stampe ich mir ein andermal. Ich bin jetzt gerade total auf Steinsuche. Da ist noch ein Stein. Und ganz in der Nähe ist noch ein goldener Stein. Wie ihr auf der Karte unten erkennen könnt. Aber wahrscheinlich hier in dieser Box. Einfach mal die Kurbel drehen. Was wird da jetzt gemacht? Oh. Ein dröhnendes Geräusch. Wie von einem Schiff. Und im Wasser gibt es noch einen Stein. Als Wassersuperheld kann ich natürlich auch unter Wasser laufen. Zack, noch einen Stein. Also ihr seht schon, wir sind super schnell in Sachen Steine sammeln. Wir haben jetzt in kürzester Zeit echt viele Steine gefunden. So, aber es wird langsam Zeit mal mit den ganzen Steinen etwas zu bauen. Oh, hier gibt es aber auch ganz viele goldene Steine. Seht ihr auf der Karte? Okay, aber wo? Wo ist die Frage? Oder wo lautet die Frage? Also Superheld. Das ist so praktisch. Weil man muss dieses Gebäude nicht hochklettern. Was natürlich auch Spaß macht. Gerade in Lego City an der Cover mit den ganzen Polizeitricks, die Chase McCain kann. Aber hier einfach mal kurz hochfliegen. Kurz die Sachlage checken. Oh, da oben in der Luft. Und dann hat man es. So, laut Karte ist hier aber noch ein Krattenstein und ein Goldener Stein. Egal. Wir fliegen mal weiter. Wir müssen jetzt nicht alles gründlich machen. So ganz grob. Gründlich machen wir es, wenn wir wirklich alle Steine finden möchten. Hängt aber ein bisschen von euch ab, ob ihr Lust drauf habt. Wenn ihr keine Lust habt, dann mache ich, wie gesagt, nach 5 Folgen Schluss. So, hier unten ist noch ein Stein. Genau. Hoppsa. Jetzt haben wir schon 32 von 100 in Krattenstein. 14 aktuell in unserer Sammlung. Das heißt, wir können auf jeden Fall was Schönes bauen. Da schrie jemand nach Hilfe. Hier ist irgendwo jemand. Jemand braucht meine Hilfe. Ein Hilfeschrei. Da vorne. Ich helfe Ihnen. Gnädige Frau. Da hat Ihnen jemand 100 Euro gemobst. Hey, hey, hey. Nicht so schnell. Nicht so hastig. Glaub nicht, dass du den Hauch einer Chance hast. Boom. Den haben wir uns geschnappt. Und die 100 Euro bringen wir der Frau jetzt zurück. Gnädige Frau. Gnädige Frau. Superhelden sind da, um zu helfen. Bitte schön. Ich bin Splashdown. Und ich helfe, wo ich nur kann. Auf, auf. Und auf, on. So, wo war denn diese Bodenplattform, um etwas zu bauen? Da vorne. Da vorne. Bei der Baustelle. Ach, nee. Chase McCain. Ich meine, Lightning McQueen auch noch da. Kannst auch mal wieder was machen. Schau mal, jetzt habe ich zwei Lightning McQueens. Warum auch immer. Egal. Einfach, weil einer da hinten stand und ich nochmal zu Lightning McQueen gewechselt habe. Ich glaube, das ist so ein kleiner Bug im Spiel. Das heißt, ein kleiner Spielefehler. Aber eigentlich müsste ich dann zur Person wechseln. Oder vielleicht ist es auch so gewollt. Ich weiß es nicht. Egal. 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 So ist es eben. Und ich finde es so auch ganz gut. Muss ich sagen. Was ist das für ein Haus? Moment mal. Das Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Moment. Moment. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wir da ziehen. Es ist natürlich unser Freund. Wie heißt er noch gleich? Russell. Den kennen wir doch. Russell ist der kleine Junge. Der kleine, maulige Junge. Und der Opa ist doch mit ihm unterwegs. In diesem Haus, das fliegen kann. Mit den Luftballons. Habt ihr den Film gesehen? Total lustig. Total lustig. Also richtig schöner Film. Richtig schöner Pixar-Film. Muss man dazu sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Einfach mal weiter beobachten. So. Mit den zwei Lightning McQueens. Hey Lightning. Hey Lightning. Alles gut? Ja Lightning. Okay Lightning. So. Wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber da ist ein Lupen-Symbol. Welchen Lupen-Charakter habe ich denn? So. Nicht in den Lego-Sets. Nein. Hier. Russell. Russell kann Lupen erforschen. Also kann diese Lupen-Fähigkeit haben. Also gucken wir mal. Hier muss doch irgendwo was verbuddelt sein. Links, rechts, links, rechts. Hier vielleicht. Irgendwo finde ich den Hinweis. Schaut mal hier. Da ist irgendwas unter der Erde. Wow. Ganz viel Krempel. Hier können wir etwas Schnuckeliges zusammenbauen. Oh, was ist das? Ein Magnet. Der Magnet hat uns die Tür geöffnet. Sehr schön. Yay. Okay. Viel gibt es hier nicht. Jetzt klettern wir hoch. Okay. So. Und hier oben. Das machen wir einfach mal kaputt. Und dann bauen wir daraus... Keine Ahnung, was wir bauen. Eine Maschine. Luftballons. Oh, wie toll. Wie toll. So kennen wir doch dieses Big Saus. Aber Moment mal. Fliegt es jetzt weg? Nein. Es fliegt nicht weg. Interessant. Sehr toll. Ja, viel mehr gibt es in diesem Haus, glaube ich, jetzt auch nicht. Ich komme gar nicht da hoch. Kann ich da hochlaufen? Nö. Okay. Und ein goldener Stein. Also ein roter Stein. Bei Kontakt zerstören. Oh, das ist eine tolle Fähigkeit. Die werde ich aktivieren. Ich glaube, das bedeutet, dass wenn ich einen Gegner nur einmal berühre, dass er gleich kaputt geht. Das heißt, ich muss den nicht tausendmal hauen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Vereinfacht das Spiel nochmal ungemein. Vor allem, wenn man dann unbesiegbar ist und diesen Stein hat, dann hat man ja schon so gut wie gewonnen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Finde ich eigentlich ganz cool. Und hier, die ist auch toll. Die kann auch fliegen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Moment mal, ich will noch diesen Stein aktivieren. Damit das mal drin und ist und aktiviert ist. Bei Kontakt zerstören. Sehr gut. Unbesiegbarkeit, wie gesagt, brauche ich nicht. Aber so passt das. Wumm. Schaut mal, ich kann jetzt auch durch Sachen fliegen. Und es geht einfach kaputt. Direkt durch die Ampel geflogen. Durch die Schilder. Oh Mann, dieser Held ist einfach unglaublich. Schaut mal, die Hintergründe. Wow, wie toll. Wie toll. Wie toll. Oh, hier gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken. Unglaublich, meine Lieben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.